Hallo an alle Radler. Heute radeln wir auf dem Mare-Mosel-Radweg von Wittlich in Richtung Daun und wieder zurück. Leider haben wir es mit unserem Akku nur bis zum Holzmar geschafft. Hier sind wir an dem Busbahnhof in Wittlich und hier die Schweinchen. Dazu erzähle ich später noch etwas mehr. Hier seht ihr, was so alles noch gemacht werden muss, bevor es losgehen kann. Kämm putzen und Komod starten. So, nun, bevor ich es vergesse, zu unserem Startpunkt in Wittlich, zu den Schweinchen. Ja, was hat es mit den Schweinchen auf sich? Der geschichtliche Hintergrund zu den Schweinchen ist die Belagerung der Stadt Wittlich im Jahre 1397 durch Ritter Friedrich von Ehrenburg. Damals wurde die Stadt von den Belagerern eingenommen und niedergebrannt. Wittlich war damals umgeben von Stadtmauern und wurde vom Feind belagert. Vergebens hatten die Belagerer versucht, die Stadt zu erobern. Da geschah es, dass der Torwächter in einem der vier Stadttore eines Abends in der Dunkelheit den Riegel zum Verschließen des Tores nicht finden konnte. In seiner Not nahm er eine Rübe und steckte sie in das Riegelloch. In der Nacht nun brach eine Sau aus ihrem Stall aus und streunte durch die Stadt. Sie kam auch an das Stadttor, fand die Rübe und fraß sie auf. Nun öffnete sich das Stadttor und der Feind drang in die Stadt ein, konnte plündern und brandschatzen. Als er nach der Belagerung wieder abgezogen war, trieben die Wittlicher in ihrem Zorn sämtliche Säue auf dem Marktplatz zusammen und verbrannten sie bei lebendigem Leibe. Wie viele Säue so endeten, das vermerkt die Sage freilich nicht. Vielleicht waren es auch nur nicht mehr als die, die heute zur Wittlicher Säubrennerkirmes im Rostbratofen enden. Ja, das zu dieser kleinen Sage, was es mit den Schweinchen auf sich hat. Nun zu unserer Tour auf dem Mare-Mosel-Wradweg. Wir radeln heute 23 Kilometer in Richtung Daum. Leider mussten wir ca. 14 Kilometer vor Daun unsere Tour am Holzmar beenden, weil unser Akku sonst nicht mehr für die Rückfahrt gereicht hätte. Ursprünglich sollte die Tour von Wittlich mit dem Regioradlerbus von Wittlich nach Daun gehen. Ja, hier sind wir an einem Fotohaltpunkt, weil hier ein interessantes Viadukt ist. Leider kann man mit dem Rad nicht dort drüber fahren, aber hier die kleine Umgehung, die ist ja ganz okay. So, wo war ich stehen geblieben? Ja, ursprünglich sollte die Tour von Wittlich nach Daun gehen. Und von Daun wollten wir dann mit dem Rad starten und bis nach Wittlich radeln, wo wir unser Auto geparkt hatten. Das wären dann von Daun nach Wittlich mit dem Rad ca. 37 Kilometer gewesen. Jedoch als der Fahrradbus am Busbahnhof in Wittlich ankam, war der komplette Platz im Fahrradanhänger bereits verplant. Ja, das war natürlich ärgerlich. Ich kann also nur allen raten, sich online vorher auf der Regioradler Internetseite die benötigten Fahrradplätze zu reservieren. Der Bus ist wohl sehr beliebt und vom Hören und Sagen von einigen Leuten ist der fast immer ausgebucht in der Saison. Also wenn die Fahrradsaison beginnt und endet, also eigentlich zur schöneren Jahreszeit von Frühjahr bis Herbst. Also wie gesagt, das war mir eine Lehre. Dort muss man auf dem Mare-Mosel-Radweg, dem Bus, also unbedingt vorher buchen, die Plätze für die Fahrräder. Ja, das dazu. Ja, ihr seht, hier sind wir auch gerade durch einen Tunnel. Es gibt da wohl zwei oder drei, wenn nicht sogar vier. Ich glaube, den in Daun, da ist auch noch einer. Ja, und ihr seht natürlich die Strecke viel grün. Man könnte auch sagen, die grüne Hölle zwei oder drei. Weil wir haben ja auch vorher den Tag den Ruva-Radweg von Hermeskeil nach Ruva gemacht. Und dieser hier sieht ja nicht viel anders aus. Aber wir kommen da später noch zu. Ja, es gibt eine Umfahrung, die fand ich nicht so toll. Das ist, wo eigentlich die Autobahn auch ist. Aber gut, ihr könnt euch das ja selbst anschauen. Es ist okay. Die Umfahrung ist jetzt nicht, dass man da plötzlich eine starke Steigung hat. Oder, ja, aber gut. Wir fahren halt durch genau solche schönen grünen Strecken. Viel Grün, gute Luft, viel Ruhe. Ja, und diese kleine Umgehung, die geht dann auch ein Stück weit an der Straße parallel entlang. Ist halt Geschmackssache, ne? Also, wie gesagt, ich finde es immer ein bisschen schade, dass man dann nicht in der Lage ist, die komplette Bahntrasse dann auch wirklich den Radweg auf dieser ehemaligen Bahntrasse weiterzuführen. Schade, schade. Okay. Tja, was ist sonst noch zum Mare Moselradweg zu sagen? Die ehemalige Bahntstrecke wurde von Daun bis Bernkastelküß 1910 komplett fertiggestellt. Stillgelegt wurde sie im November 1981. Unser Startpunkt in Wittlich lag 172 Meter hoch und unser Streckenhöchstpunkt lag bei 458 Meter. Ja, daran sieht man oder erkennt man schon mal, ja, welchen Höhenunterschied man hier auf unserer Strecke, die wir gefahren sind, überwinden muss. Der gesamte Mare Moselradweg ist ca. 51 Kilometer lang. Für die Radler wurde er komplett befahrbar ab August 2000. Der Mare Moselradweg ist wohl bei den Touristen einer der beliebtesten Bahntrassen, die man radeln kann. Was ich persönlich sehr schade finde, denn die ehemalige Bahntrasse von Hermeskeil nach Hoover ist mindestens, wenn nicht sogar noch schöner und vor allem durchgängiger, nur auf der ehemaligen Bahntrasse zu radeln. Und einen Fahrradbus gibt es hier auch. Aber gut, hier spielt vermutlich die Nähe zu Bernkastelküß eine touristische große Rolle. Ich kann die Bahntrasse Hermeskeil nach Hoover nur sehr empfehlen. Vor allem bekommt man hier im Fahrradbus auch ohne Reservierung sogar an einem Sonntag noch ein Plätzchen. Ein Video gibt es natürlich dazu hier im Fahrradkanal auch. Der Mare Moselradweg verläuft zwischen Daun und Bernkastelküß auf einer ehemaligen Bahntrasse. Leider allerdings nicht immer, aber zu einem sehr großen Teil. Aber das werden wir gleich hier im Film auch noch an einer Stelle sehen, wie die Umfahrung ist. Sie ist zwar okay, aber ich finde es halt sehr schade, dass man die Mühen gescheut hat, die Bahntrasse wirklich auf bzw. den Radweg auf der ehemaligen Bahntrasse fortzuführen. Finde ich ein bisschen schade. Na gut, es geht leider auch dann ein Stückchen an der Landstraße oder Bundesstraße entlang. Ist auch nicht sicher so schön, wenn man das Werktags fährt. Ja, hier erreichen wir gerade diese sogenannte Stelle, von der ich gerade sprach. Ja, wie ihr seht, es ist halt eine Nebenstraße. Hier queren wir auch die Autobahn. Hier ist es dann auch landschaftlich schon sehr offen, also wenig Baumbestand. Ist im Sommer an heißen Tagen natürlich nicht so gut oder so schön oder angenehm. Ja, hier bemüht man sich auf diesem Stück, hat man dann auch wieder Bäume bepflanzt. Das ist natürlich an heißen Sommertagen nur allzu gut. Denn wenn man da gerade von der Strecke kommt, wo doch an der Bahntrasse immer schön rechts und links Bäume stehen, ist es natürlich sehr angenehm. Und hier kommt man dann natürlich ins Offene und an heißen Sommertagen nicht so schön. Ja, wie ihr seht, hier geht es dann auch an der Landstraße entlang. Gut, das ist jetzt hier, eigentlich war es ein Montag, glaube ich, im September, Mitte September. Aber, ja gut, es ist jetzt nicht allzu viel Verkehr und es nervt auch nicht so sehr. Ja, hier biegen wir dann wieder ab auf die wirkliche ehemalige Bahntrasse. Und ihr seht schon, natürlich ist das viel schöner und angenehmer und kühler an heißen Sommertagen. Man hat immer die Bäumchen rechts und links zum Stehen. Und es ist schon viel schöner, wenn man natürlich Naturliebhaber ist. Der vom Vulkanismus und den Maren geprägte Teil der Eifel wird abgelöst von der Kulturlandschaft des Weinbaus und der Mosel, die bei der Ortschaft Lisa erreicht wird. Der Bahntrassenrettweg ist durchgängig asphaltiert. Ja, hier sehen wir nochmal eine Streckenkarte, wo wir uns gerade befinden. Und zwar, ja hier an einem schönen Rastplatz für Radler. Ist sicher auch ein guter Startpunkt, wenn man mit dem Pkw anfährt, weil man kann hier, glaube ich, auch ganz gut mit dem Pkw parken und seine Tour von hier aus starten in Richtung Norden oder in Richtung Süden. Ja, hier sieht man gerade noch auf dem Foto die parkenden Autos. Und ja, von hier aus ist, glaube ich, auch ein Haltepunkt, von wo aus der Radlerbus auch startet. Also wie gesagt, auch von Norden nach Norden oder nach Süden. Also im Norden nach Daun oder im Süden nach Wittlich. Gut, wie rum man denn auch immer die Bahntrasse radeln möchte. Okay, es gibt nahezu keine Steigungen, dafür aber jede Menge Rastmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten. Zum Beispiel zwei Viadukte, zahlreiche Brücken, vier Tunnel sowie Eifelmare und erloschene Vulkane. Touristisch interessant dürfte die Raderlebnisschleifen sein. Sie führen etwa zur Strohner Lavabombe oder den Manderscheider Burgen. Ja, noch etwas zu Anschlussradwege. Der Mara-Mosel-Radweg hat über die Mineralquellenroute Anschluss an den Ahrradweg, der bei Ahrdorf erreicht wird. Über den Kalk-Eifel-Radweg ist er mit dem Köhltal-Radweg verbunden. Dieser wird bei der Ortschaft Hildesheim-Bollsdorf erreicht. Mit dem Erreichen des Moseltals ist bei Lieser der Mosel-Radweg angebunden. Mit dem Startpunkt Daun sind außerdem die Themenrouten Kosmos-Radweg sowie der internationale Eifel-Adennen-Radweg angebunden. Mit ihm wird der Mara-Mosel-Radweg in Ost-West-Richtung verlängert. In Wittlich startet der Radweg Wittlicher Senke nach Schweich und stellt eine weitere Verbindung ins Moseltal her. Ja, was ich noch sagen kann ist, laut Komoot, wie gesagt, war unser Stückchen Rad-Tour, die wir hier in einer Richtung geradelt sind, von Wittlich nach Holzmach, ca. 23,7 Kilometer lang und wir haben dafür 1 Stunde 40 Minuten benötigt. Wie gesagt, das alles laut Komoot. Ja, hier haben wir jetzt auch unseren Endpunkt bzw. Umkehrpunkt beim Holzmach erreicht. Diesen Punkt haben wir gewählt, weil unser Akku nur noch einen Balken der Ladezustandsanzeige angezeigt hat, von 5 maximal. Das heißt, dass wir also schon 4 Balken verbraucht haben. Das liegt sicher daran, dass es bis jetzt immer stetig bergauf ging. Zurück brauchen wir sicher nur einen Akku-Balken. So zumindest war meine Theorie, die auch gut gepasst hat, wie sich später herausgestellt hat. Ja, wir machen hier noch einen kleinen Abstecher zu dem Holzmach, wo wir dann auch eine kleine Pause gemacht haben. Ja, was noch zu sagen ist, sicher ist es ganz ratsam, sich auf der Tour, so zumindestens wie wir sie gefahren sind, auch ein bisschen was zum Picknicken mitzunehmen, auf jeden Fall was zu trinken. Denn, ja, ihr habt sicher gesehen, die Hinweis schildert zu irgendwelchen Ausflugslokalitäten, die sind hier rechts dünn gesät. Ziemlich unten nach Wittlich in Richtung Norden gab es da mal ein Hotel oder, ja, war auch draußen so eine Art mit Gartenstühlchen und Gartentischchen. Werdet ihr sicher, wenn ihr denn mögt, und die Rücktour, die wir jetzt gerade hier angetreten haben, euch anschauen möchtet noch ganz. Auch einen Laden gibt es dort, der hatte leider gerade Pause oder montags geschlossen, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. War natürlich ein bisschen schade, weil auch unsere Wasservorräte auch ein bisschen zur Neige gingen. Ja, hier sind wir schon auf dem Rückweg. Tja, wie gesagt, schade, von hier aus wären es nur noch ca. 13 km bis Down gewesen. Aber okay, diesen Radweg werden wir sicher noch ein anderes Mal ganz entlang radeln. Und das werden wir dann sicher von Down aus bis nach Bernkastel-Küß machen und dann dort übernachten. Wäre zum Beispiel eine gute Idee. Wir haben zum Beispiel dort auf der Tour ein paar ältere Herrschaften getroffen, ein Pärchen, und die brachten mich dann da auf diese Idee. Die haben das nämlich genauso gemacht. Ja, und wir würden dann von Bernkastel-Thüß natürlich dann mit dem Fahrradbus zurückfahren. Ja, noch was kurz zu dem Holzmahr. Oh, da war gerade ein Verwackler in der Kamera. Das Holzmahr liegt übrigens auf halber Strecke zwischen Gielenfeld, in Klammern, das ist 2,5 km südlich entfernt, Klammer zu, und Eckfeld. Das Mahr hat eine Größe von ca. 6,8 Hektar bei einem Durchmesser von 325 Meter und einer Tiefe von 21 Metern. Es liegt in einem Naturschutzgebiet und ist fast völlig von Wald. Ja, übrigens habe ich gerade nochmal nachgeschaut, in umgekehrter Richtung, während es laut Komoot nur 1 Stunde 13, wir erinnern uns, ich hatte gesagt, von Wittlich Richtung Holzmahr waren es um die 1 Stunde 40 Minuten, also gut, man hat, man ist da so, dadurch, weil es bergab geht, round about 30 Minuten schneller. Ja, das ist schon einiges, also wie gesagt, meine Akku-Ladezustandskapazität von einem Balken, die hat also ganz gut gereicht, um die Tour zurück ohne Probleme antreten zu können. Ja gut, zur Not können die Pedelecs ja auch ohne Akku betrieben werden, allerdings tritt man sich dann da so ein bisschen tot, weil wir haben ja eine Novinci-Schalter, und die ist dann so ziemlich mit auf einer der kleineren Tretfrequenzen eingestellt, also von daher ist das natürlich dann nicht ganz so lustig. Ja, wie gesagt, ihr könnt euch jetzt noch den Rückweg anschauen, wie gesagt, ich habe da noch einen kleinen Schlenker gemacht, weil wir hatten Durst, unsere Wasservorräte waren zu Neige. Ja, hier wieder dieser blöde Schlenker übrigens, wo man zweimal über die Autobahn fahren muss. Leider hatte, wie gesagt, dieser kleine Einzelhandels-Lebensmittelladen geschlossen. Ja, kann man nichts machen, Montag ist Montag, Zug ist zu oder Pause, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war. Ja, und weiter unten noch, wie gesagt, kurz vor Wittlich, war ja auch noch ein Ausflugs-Lokalität. Ja, die hatte leider auch zu, ja, also nochmal, wie gesagt, ich kann nur jedem raten, sich dann da entsprechend auf jeden Fall Getränke mitzunehmen. Ja, das eine oder andere zum Futtern, jeder wie er mag und, ja, das wäre so die Message, die ich noch mitgeben möchte. Ähm, ja, ich würde sagen, ich, wie gesagt, persönlich bin jetzt hier am Ende mit der Kommentierung, wer mag. Ihr seht schon, ne, es geht jetzt auch, äh, im Video ein bisschen schneller, obwohl ich, äh, vom Zeitraffer her, äh, das jetzt vom Faktor her nicht verändert habe, ne, also der liegt so immer bei 4,5-facher Geschwindigkeit. Ähm, ja, übrigens, ne, nicht vergessen, es ist ein 360-Grad-Video, äh, in YouTube, wenn ihr mitten auf das Bild klickt, mit der linken Maustaste, und die dann gedrückt haltet, und dann die Maus nach rechts oder in allen Richtungen bewegt, dann bewegt sich auch das Bild, die Blickrichtung in die entsprechende Richtung. Sollte man das Ganze mit einem Tablet machen, also braucht man dazu, ja, da war gerade eben der kleine Laden, allerdings, ja, habe ich vergessen, den da ein bisschen langsamer zu stellen, im Video, ähm, das ist jetzt leider dann ein bisschen sehr schnell gewesen. Ja, hier sind wir schon wieder zurück auf der Bahntrasse. Also wie gesagt, mit einem Tablet, na, wenn ihr das entsprechend bewegt, äh, dreht, oder, äh, wie auch immer, na, dann macht es dies ohne der Maus direkt über das Tablet, weil da ist ja ein Gyroskop drin, und das erkennt die Bewegung, und das wird übertragen auf die 360-Grad, auf das Video. Ja, mit einer VR-Brille lässt sich das Ganze natürlich genauso, ne, man bewegt den Kopf nach rechts, links, oder wie auch immer, oben, unten. Da gibt es auch keine Stufen, also das geht kontinuierlich, ob schräg oben oder schräg unten, ähm, ja, wird man wahrscheinlich schwindelig, weil das ist natürlich ein bisschen zu schnell dafür, ne, ähm, ich denke mal, da könnte es passieren, dass dem einen oder anderen übel wird. Ja, natürlich sind, ähm, letztens erreichte mich auch wieder zu einem anderen Video, ähm, was ich allerdings mit einer Action-Cam ohne 360-Grad gemacht habe, aber zumindestens auch mit einem Gimbal, allerdings nur mit zwei Achsen-Gimbal, es war nicht so ganz so ruhig, und außerdem, na ja, es ist immer ein bisschen wackelig, oder wackeliger, um den Faktor natürlich 4,5, äh, wenn ich den Zeitraffer entsprechend, ähm, einstelle, und jeder kleinste Wackler in Echtzeit, äh, ist natürlich um genau diesen Faktor 4,5 oder 5 Mal, je nachdem, was ich einstelle, natürlich erheblich schlimmer, darf man nicht vergessen, ne, und, ähm, ja, und wie gesagt, ich setze da schon einen 360-Grad, 60-Grad-Gimbal ein, äh, der ist schon super, ähm, klasse gut, aber der kann natürlich nicht jede kleinste, noch so kleinste Bewegung, äh, auffangen, ich finde es akzeptabel, um mal einfach zu gucken, wie ist die Strecke, wie sieht die Beschaffenheit aus, wie sieht es landschaftlich aus, äh, deswegen mache ich solche Videos auch im Zeitraffer, wie gesagt, ich mache die nicht, um irgendwelchen Fernsehsendungen da Konkurrenz zu machen, bei mir gibt es halt gegebenenfalls auch mal, ähm, Bilder aus einem Ausflugslokal, wenn es denn eins gibt, und wir die Gelegenheit hatten, eins zu nutzen, das füge ich dann natürlich auch gerne ein, oder den einen oder anderen Tipp, aber, wie gesagt, ich bin nicht bei der Fernsehsendung wunderschön, ähm, meine Intention ist ein anderer. Ja, der Film wird natürlich jetzt gleich mittendrin aufhören, weil der Akku war leider alle, auch hier vom, von der Cam, also in den nächsten 30, 40 Sekunden, ich verabschiede mich schon mal und wünsche euch allen, wie immer, viel Spaß beim Nachhadeln. Tschüss, hier vom Fahrradkanal.